Baby, don't Ey, das hört mich Ey, das hört mich Ey, das hört mich Das hört mich Jim, du merkst meine Freunde was gehabt Heute machen wir mal was besonderes Und zwar machen wir den Kanal, wie nennt man das Disco? Keine Ahnung, Disco oder so Auf jeden Fall jeder von uns hat 10 Versuche Hier ist ein Punkt Hier sind 2 Punkte und hier sind 3 Punkte Und wer Verlierer macht Keine Ahnung, haben wir noch gar nicht überlegt Der Verlierer macht einfach irgendwas Gerade hat er mich in FIFA gefickt Wir wollen nicht wissen wieviel, aber 10 Mal Vielleicht muss ich drückstehen 10 Versuche, ne? Ey, Digga Du musst Bleib liegen, okay? Wollen wir machen, dass man dagegen machen kann? Ja, ja, das stimmt Ey, ich schwöre, du hast geschummelt, Digga Ey, wir brauchen ein bisschen dünner Ein, ne? Nein Zwei, okay, ich nehme zwei Eins, eins Du hast schon geübt vorhin, Digga, das ist voll schummeln, ich schwöre Aber chill, chill, chill Ich habe noch sieben Würfe, ich nehme sie auseinander jetzt Das war geil, Digga Aber chill, chill Ich habe noch sieben Würfe, ich nehme sie auseinander jetzt Das war geil, Digga Das war geil, Digga Ja, ich habe drei はい, drei Vier nue Jetzt mache ich Fünf 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 Von drehen Ich will nur auf das Ding, eh? Okay, sieben. Sieben hast du, ne? Okay, ich hab fünf. Ja, das gehört... Knüppel noch, knüppel noch. Ja, okay. Eine Knüppel. Nein, du wurde übertreibt. Letztes noch auf. Schade. Noch, jeder vier Versuche. Sieben, fünf. Für dich. Jetzt, pass auf, jetzt. Das ist hier zwei. Sieben, sieben. Ja, siehst du, Liga? Das ist hier. Zählt das für zwei? Welcher? Ja, ja, zwei. Über die Hälfte zwei, ne? Ja, okay, also hab ich jetzt neun. Sieben. Neun, Bruder, hast du sieben? Ich hab neun. Das hast du auch schon geschummelt. Ich hab neun, ja. Ja, neun. Ich hab neun, Digga. Ich schwöre, ich hab neun. Wir machen das alles. Der zählt für drei jetzt. Das ist zwölf, ne? Ja, zwölf. Glaub ich? Sieben. Das willst du hoch? Ich hab danach noch einen, danach hab ich noch einen. Du hast jetzt drei, ne? Hab ich angefangen? Ja, nein, ich hab angefangen. Du hast jetzt noch vier, ich hab einen hoch. Und es steht zwölf, sieben. Was ist los, Knoblauch? Hä? Das ist ja schon schwierig, ne? Darfst du ihn wegnehmen? Nein, du musst liegen bleiben. Du hast das fest, darfst du werden? Ja, darfst du, Bruder. Nein, du hast das fest. Nein, du hast das fest. Ey, das zählt nicht. Das zählt nicht. Das zählt nicht, das zählt nicht. Das zählt nicht, das zählt nicht. Oder? Tee? Nein, Tee. Er hat extra gemacht. Ich hab noch einen Knochen gegeben. Nein, das zählt nicht, ne? Der muss noch einen Knochen geben. Du musst noch einen Knochen geben, ne? Neun, ne? Ja, zwölf, nein. Ich gebe dich schon mal. Zwölf, nein, ne? Ja, zwölf, nein. Ja, ja, mach. Dreizehn. Fünfzehn. Und jetzt packen wir. 17, Digga. 17? Das sind 9, ne? Ja, das sind 9. Bruder, 17. 9, Digga. Dicken Knurrloch. Ach. Du musst 8 treffen, ne? Ja, du musst 8 treffen, ja. Einmal wie Poker. Ach, du musst 8 treffen, ne? 10, 2, ne? Ja, 10, 2. Nein, der zählt die 2. Der zählt die 2. Wie viel hast du jetzt? Das ist 9, plus 3 sind 12. Und ich hatte? 18? Ja, du hast 20. Das ist Revanck schwingt Pfiff, Digga. Aber du hast es vorher gemacht. Du hast es vorher gemacht. Du hast es vorher gemacht. Du trainierst vorher, weißt du was? Natürlich trainier ich, ne? Sagst du mir vorher, dreh um und so. Nein. Glaub mir, nein. Ja? Bruder, guck. So geht das jetzt. Bruder, ich schneide dir jetzt schön Knurrloch klein, Digga. Mach, 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 mach. Bist du bereit? Mach dazu. Komm dazu. Bruder, warum? Das ist einfach, Bruder. Du willst da rankommen, ne? Ich kenn dich ja auch. Bruder, das stinkt, Digga. Du willst da rankommen. Du willst da rankommen? Nein, mach auf. Oh, mach ich das, Digga. Du schaffst das. Bruder, das ist eine Bestrafung. Die Musik dazu so traurig, Digga. Zeig mal, zeig mal, zeig mal, einmal. Zeig mal. Zeig mal. Schöne Knoblauchknobel, ne? Ein Glas Milch. Ein Glas Milch. Falls der junge Mann das nicht abkann. Damit immer fair bleibt. Ich würde schnell beißen, glaub mir. Ganz schnell und runterschlucken. Wird richtig scharf irgendwann. Bruder, das ist auch nochmal scharf. Ist es scharf? Ist es scharf? Sehr ehrlich? Ich weiß, wie schadenfreude ich habe, weil ich weiß, wie schlimm das war. Ja. Sag mal von 1 bis 10, wie scharf. Ach. Ich hab dich. Meine Zunge. Ich will meine Zunge nicht mehr. Bruder, mach Outro für Video. Sag, falls es gefallen hat, blub, blub, blub und so. Auf Ehren, Bruder. Falls es gefallen hat. Like nicht. Haut rein, Leute. Liken nicht vergessen. Abonnieren. Kuskusne.